Dann geht's direkt los. Herzlich willkommen zu meinem Daytrading-Webinar. Hier jeden Monat am ersten Sonntag des Monats möchte ich mit euch meine Daytrading-Karriere, meine Daytrading-Strategie, mein Daytrading-Setup, meine Daytrading-Ergebnisse teilen und besprechen, um euch einen genäheren Einblick in dem zu geben, wie mein Daytrading aussieht und warum ich das überhaupt mache. Ja, zuallererst natürlich der Risk-Disclaimer. Oh, hier auf Englisch. Ich hoffe, ihr könnt alle Englisch. Nein, das Wichtigste ist natürlich, dass alles, was ich hier bespreche, damit kann man Geld verlieren. Das ist alles nur meine Meinung. Das ist keine Anlageberatung und ja, ihr seid selbst dafür verantwortlich für eure Trading-Ergebnisse. Der Inhalt dieses Kurses ist natürlich einmal, dass ich euch ein bisschen meinen Daytrading-Kurs zeigen möchte. Da natürlich den aktuellen Stand. Wie weit ist der Daytrading-Kurs? Ist der schon fertig oder ist er noch in Arbeit? Dann, ganz wichtig, meine Daytrading-Ergebnisse. Diese werden wir analysieren, alles durchgehen und schauen, was man verbessern kann, beziehungsweise natürlich auch den Stand der Dinge analysieren. Dann werde ich kurz meine Discord-Community zeigen, was da so los ist und auch nochmal die Live-Webinare besprechen, was wir da alles machen. Und natürlich ganz zum Schluss, wahrscheinlich das Interessanteste für euch alle, werde ich Sierra-Chart aufmachen und dort mein Setup zeigen und natürlich auch die letzten Trades, die ich dort gemacht habe, beispielsweise nochmal besprechen. Und natürlich zum Schluss könnt ihr immer Fragen stellen. Ihr könnt die Fragen auch einfach hier in den Chat stellen. Ich werde die, wenn es passt, oder am Ende beantworten. So, los geht's mit einer kurzen Vorstellung. Ich bin 36 Jahre alt, habe ursprünglich Maschinenbau studiert. Trading ist allerdings schon immer meine Leidenschaft, der ich jetzt Vollzeit mehr oder weniger nachgehe, neben der Kinderbetreuung, denn ich habe zwei kleinere Kinder und ich liebe es, Zeit natürlich mit denen zu verbringen. Wir wohnen seit 2021 auf Zypern, sind ausgewandelt aus Deutschland und ich bin seitdem selbstständiger Trader und Investor und habe unter anderem vor anderthalb Jahren an der Trading Weltmeisterschaft teilgenommen und dort mit 64,1% den fünften Platz belegt mit meiner Swing Trading Strategie. Ihr seht hier nochmal das Strategiedreieck, was ich letztendlich für mich selbst privat umsetze. Und zwar ist das unten eine Standardanlagestrategie, eine Ein-ETF- oder Zwei-ETF-Strategie, die ich umsetze mit dem S&P 500 und mit dem Nasdaq. Mit Anlehnung an die Börsenampel und natürlich nochmal Einstiegs- und Exit-Regeln obendrauf gelegt. Dann habe ich noch ein größeres Depot für eine Cashflow-Strategie. Eine Cashflow-Strategie mit Aktienoptionen. Dann gibt es nochmal ein etwas kleineres Depot, aber auch schon groß. Da kommt natürlich immer auf die Sichtweise drauf an, mit der ich Futures Trading mache, Swing Trading und dann natürlich nochmal das Day Trading obendrauf. Das Day Trading obendrauf mache ich allerdings nicht mit meinem eigenen Geld, sondern mit Fremdgeld-Konten, also Fremdgeld-Kapital von Fremdgeld-Firmen. Das ist im Day Trading möglich. Und ja, dort generiere ich mir letztendlich ein Payout und den reinvestiere ich entweder in die anderen Strategien oder nehme den von meinem Leben. Das ist letzten Endes der Grund, warum ich hier das Day Trading nochmal mache. Alle anderen Strategien dort belasse ich das Geld in meinen Accounts und die sollen letzten Endes vom Zinseszinseffekt profitieren. Deswegen mache ich nochmal das Day Trading obendrauf und ich mache das nicht den ganzen Tag, sondern nur maximal ein bis zwei Stunden am Tag. Eigentlich eine Stunde, danach habe ich schon keine Lust mehr. Genau, das haben wir jetzt beantwortet. Warum noch das Day Trading? Ich bin ein bisschen krank, deswegen muss ich zwischendurch immer was trinken. Das Ziel meines Day Trading ist natürlich, das ist die kürzeste Trading-Strategie mit der kürzesten Zeilenheit, dass ich dort Geld verdienen möchte in jeder Marktphase. Ja, das ist die Grundlage vom Day Trading. Da der Zeithorizont, der Transaktionshorizont, der Handelshorizont so kurz ist, nur mehrere Minuten, kann man dort in jeder Marktphase Geld verdienen und natürlich ist es damit möglich, konstant profitabel zu sein. Ich möchte natürlich eine Trading-Strategie haben, mit der ich einen Trading-Edge habe, einen Vorteil im Markt und das haben natürlich, wer hat das? Nicht die kleinen Retail-Trader, sondern das haben die institutionellen Trader, also die großen Firmen. Das heißt, all mein Trading, was ich mache im Day Trading, ist natürlich mit professioneller Software angelegt und nach professionellen Regeln, Sichtweisen und so weiter, um natürlich die gleichen Ergebnisse zu erzielen, wie diese institutionellen Marktteilnehmer. Ja, das ist letzten Endes die Grundlage auch meines Day Trading oder ich würde mal sagen, jeder Sichtweise im Markt. Als erstes möchte ich mal kurz meine Webseite zeigen beziehungsweise einfach meinen Day Trading-Kurs, was ich denn da geplant habe und zwar seht ihr hier unter Produkte den Day Trading-Kurs. Ihr findet dort im Kurs sind 13 Module geplant, nämlich alles das, was notwendig ist, um letzten Endes diese professionelle Sichtweise der institutionellen Marktteilnehmer einzunehmen. Nämlich, ihr lernt, die Markttheorie zu verstehen, warum sich letzten Endes der Preis bewegt. Ihr kriegt natürlich all meine Tools, all meine Downloads und so weiter für Sierra Charts. Wir lernen das Market Profile kennen, das Volumenprofil, das Ganze in den Trading-Kontext zu bringen und dann natürlich mit einer Orderflow-Analyse, also der Transaktionsanalyse, der Marktteilnehmer im Footprint-Chart und im Cumulative-Delta, das zu sehen, um natürlich kurzfristig von den entsprechenden Bewegungen zu profitieren. Ja, dann fügen wir das Ganze alles zusammen und darauf basieren wir, bauen wir letzten Endes unsere Trading-Strategie beziehungsweise unsere Hypothese für die nächsten Minuten auf, wohin sich der Markt in den nächsten Minuten bewegt. Ja, das Ganze natürlich, das Wichtigste, um erfolgreich zu sein, mit einem Risiko-Money-Management-Strategie. Wie kommen wir in den Markt rein? Was sind unsere Einstiegskriterien? Positionsmanagement, wenn wir einmal im Trade sind. Und ich würde sagen, das Allerentscheidendste für jede Trading-Strategie ist die Analyse der Trading-Statistik. Also wie machst du deine Analyse der Trading-Statistik? Wie lernst du aus deinen Fehlern? Und wie stellst du deine Fehler ab? Jeder macht individuell andere Fehler. Wir haben alle ein unterschiedliches Mindset. Trading-Psychologie, letzten Endes ist da das Stichwort. Und ja, jeder kann letzten Endes an sich selbst arbeiten und natürlich ein erfolgreicher Daytrailer werden. Das ist meine Herangehensweise. Allerdings erfordert das natürlich Arbeit. Arbeit, sich damit ein bisschen zu beschäftigen. Nicht acht Stunden am Tag, aber eine Stunde am Tag. Das sollte ausreichen, wenn man das konstant macht, dann kann man sehr, sehr viel erreichen. Und das ist das, was ich geplant habe. Aktuell ist der Daytrading-Kurs im Aufbau. Ja, das heißt, ich arbeite gerade an diesem Modul Volumenprofil, wo ich die Volumenprofil-Analyse aufnehme. Das Ganze sind immer 5 bis 15 Minuten Videos, die ich dort in meinem Mitgliederbereich zur Verfügung stelle. Das heißt, du kannst dort alles quasi immer wieder und wieder nochmal anschauen. Allerdings mache ich mit meinen Kursteilnehmern auch einmal die Woche Live-Trading, wo wir natürlich all das immer wieder und wieder besprechen. Das heißt, der Kurs ist noch im Aufbau. Allerdings hast du die Möglichkeit, auch schon im Live-Trading die volle Vorgehensweise letzten Endes zu sehen, mir live über die Schulter zu schauen, mir Fragen zu stellen und so weiter. Jede Woche Donnerstag handele ich die US-Crude-Oil-Eröffnung und mache das natürlich live in meinen Kurszeilnehmer. Da der Kurs noch im Aufbau ist, ist der relativ günstig. Du kannst das, wenn du das gleiche bei anderen Daytradern dir anschaust, dann wirst du dort ein Vielfaches bezahlen. Aktuell kostet der Kurs nämlich nur 1200 Euro und wenn du ganz bis zum Ende des Webinars dran bleibst, dann habe ich hier auf jeden Fall auch noch einen Discount für dich parat. Denn ich biete natürlich nicht nur einen Videokurs. Einen Videokurs, den können viele machen, sondern ich biete und das ist, ich würde mal sagen, das Wichtigste, wenn du auf der Suche bist nach einem Coach oder jemandem, der dir etwas beibringt, ich biete dir auch, dass ich dir zeige, dass ich dir meine Ergebnisse zeige. Also mein Trading. Du siehst das immer hier bei der Trading-Statistik. Ich arbeite noch daran, dass ich auch meine Ergebnisse nochmal hier oben in den Menüpunkt kriege, auch von den anderen Strategien, sodass ich auch meine Ergebnisse, meine Trading-Ergebnisse, meine Investment-Ergebnisse und so weiter nochmal ein bisschen besser präsentiere. Hier siehst du jeden Tag oder immer, wenn ich trade, ich trade nicht jeden Tag, sondern meistens sind das nur vier Tage die Woche, ein Update meiner Ergebnisse und ich mache das Day-Trading seit hier April 2023. Du siehst hier letzten Endes auch meine Arbeit mit der Strategie, meine Arbeit als Day-Trader. Das heißt, ich war zum Anfang erfolgreich, allerdings kamen dann natürlich wieder Umsetzungsprobleme, also das sind letzten Endes eigentlich Mindset-Probleme, Mindset-Probleme, wo man sich nicht an die Strategie hält, wo man sich nicht an das Risiko Money-Management hält, wo man bestimmte Dinge einfach nicht beachtet. Und diese habe ich analysiert, abgestellt, geübt, noch weiter geübt, bisschen weniger abgestellt und seitdem ich die immer mehr und mehr abstelle, meine Fehler, ist meine Kapitalkurve konstant steigend. Mein Ziel sind es hier jeden Tag 100 US-Dollar, also nur 100 US-Dollar zu erwirtschaften. Das ist ganz, ganz wenig für einen Day-Trader. Ich handele das Ganze nur mit einem einzigen Kontrakt, das heißt, du siehst hier unten auch in meiner Statistik siehst du immer Total Execution 2, also das ist quasi einmal öffnen, einmal schließen, das heißt, ich handele mit einem einzigen Kontrakt und das heißt, du siehst denn hier letzten Endes auch den Preis und auch die Ergebnisse. Alles ist hier transparent, alles ist hier einsehbar, gerade nicht mehr wie du hier scrollen kannst, hier kannst du scrollen und du siehst dann hier natürlich auch das Profit und Loss, also Profit und Loss von jedem einzelnen Trade, den ich hier letzten Endes mache. Das Wichtigste bei all dieser ganzen Sache und das ist das, was viele vergessen, viele schauen bei einer Strategie auf einen großen Profitfaktor, auf ein großes CAV. Das ist möglich, das ist möglich. Allerdings ist noch viel wichtiger, dass die Strategie zu dir selbst passt, in deinen Zeithorizont passt, in deinen Markt und so weiter. Denn wenn du backgetestete Strategien hast, also entwickelte Strategien hast, die zum Beispiel auf ein großes CAV abzielen, wenn das so ist, dann hast du meistens nämlich den Fall, dass du diese Setups nur ganz selten am Tag auftreten. Das heißt umgekehrt, du musst ganz viele Stunden am Tag wirklich vor dem Bildschirm sitzen und auf die Setups warten. Genau das möchte ich nicht. Ich möchte nicht viele Stunden vor dem Bildschirm sitzen als Daytrader, ich möchte ein, maximal zwei Stunden vor dem Bildschirm sitzen, das mache ich und wie schon erwähnt, nach einer Stunde habe ich eigentlich keine Lust mehr und wenn ich dann plus minus null bin, naja, dann werde ich den Tag halt plus minus null. Ist egal. Dann geht es nächsten Tag weiter und du kannst das auch an meinen Trades sehen, die sind relativ kurz und ich bin relativ schnell fertig. Das heißt, mein gesamter Profitfaktor hier ist nicht so groß. Ich arbeite an meinem Profitfaktor auf jeden Fall, der ist nur 1,2 allerdings habe ich Winning Trades knapp 60%. Ja, das heißt, 60% meiner Trades sind Gewinner mit einem Profitfaktor von 1,2 macht eine schöne steigende Kapitalkurve. Ja, natürlich gibt es da noch die eine oder andere Sache zu verbessern und ja, ich arbeite an mir und ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, hier letzten Endes den Profitfaktor noch etwas höher zu schrauben. Das ist auf jeden Fall mein Ziel. Zusätzlich dafür, dass ich natürlich meine Trading-Ergebnisse veröffentliche, ja, hier auf der Webseite, ich mache das nicht nur auf der Webseite, sondern ich mache das auch in meiner Discord-Community. Ja, in meiner Discord-Community veröffentliche ich jeden Tag hier unter Ergebnisse letzten Endes ein Screenshot der sieht dann beispielsweise so aus das war letzte Woche Donnerstag von dort habe ich zwei Trades gemacht das war mit meiner Community zusammen also mit meinen Day-Trading-Kurs Teilnehmern und ich habe 130 Dollar verdient in gerade mal 20 Minuten ja, dann waren wir fertig nach 20 Minuten waren wir fertig ich habe gesagt okay das reicht jetzt und wir haben noch ein bisschen Theorie gemacht Theorie Exkurs und nochmal Diskussion über die über die nächsten über die nächste Stunde diese meine Ergebnisse die poste ich hier jeden Tag also die letzte ganze Historie jeden Tag ist was zu sehen mit einem Kommentar mit einem Screenshot du kannst Fragen stellen und so weiter und das Gute ist diese Ergebnisse die sind natürlich für meine Kursteilnehmer einsehbar aber auch für dich ja das heißt auch du kannst als noch nicht Kursteilnehmer wenn du Interesse hast hier in meine Community kommen in meinen Discord Channel und du hast Zugriff auf zum Beispiel die Ergebnisse du hast Zugriff auf den Welcome auf den General Chat du hast allerdings keinen Zugriff auf die Ankündigung du hast keinen Zugriff auf die Aufzeichnungen denn hier findest du auch immer meine Aufzeichnung zum Beispiel von meinen Live Webinaren und natürlich in meinem Mitgliederbereich daran arbeite ich gerade du hast keinen Zugriff auf mein Regelwerk du hast keinen Zugriff auf den Trading Chat das mache ich nur mit meinen Kursteilnehmern allerdings meine Ergebnisse die präsentiere ich für jeden zugänglich also dieser Ergebniskanal der ist letzten Endes für jeden zugänglich genau so das ist das was ich mache du kommst in den Discord Kanal rein wenn du das möchtest entweder über meinen Blog Artikel den ich über Daytrading Lernen geschrieben habe oder später in der Aufzeichnung bei YouTube wird es einen Link geben unter dem Video das heißt mit dem Link unter dem Video kommst du auch hier in meine Discord Community rein dann geht es mal weiter mit letzten Endes dem Fachlichen denn wie wird man überhaupt professioneller Daytrader was gehört dazu zum professionellen Daytrading und da gehört natürlich ein professioneller Trading Plan dazu dass man weiß was man macht welche Tools man verwendet wann man was macht und so weiter und deswegen habe ich hier diesen professionellen Trading Plan entwickelt und dort lernst du erstmal das wichtigste im Trading den Trading Kontext zu analysieren und den Trading Kontext zu analysieren im Daytrading macht man das natürlich mit den fundamentalen Daten und den News also man hat natürlich die News im Blick man kennt die fundamentalen Daten seines Analyings was man handelt und dann geht es natürlich weiter man weiß wie sich die Märkte bewegen also die Markttheorie kennt man man weiß was wirklich den Preis bewegt es ist nicht irgendein Indikator wie ein Moving Average oder irgendein sonstiger Indikator nein es sind die reinen Transaktionen also es sind die reinen abgefertigten Orders das bewegt den Markt und das ist hier sehr sehr wichtig im Daytrading zu verstehen dann macht man das Ganze mit einer Rhythmusanalyse das ist ähnlich wie in der Chartanalyse man kann PivotPoints analysieren das Ganze kombiniert mit dem Market Profile mit dem Volumen Profil also auch wieder die abgefertigten Orders und dann dem VWAP das ist sowas ähnliches wie ein gleitender Durchschnitt allerdings gewichtet der die Transaktionen das ist ein volumen gewichteter gleitender Durchschnitt ja Volume Weighted Average Price heißt VWAP ja volumen gewichteter Durchschnittskurs und durch diesen volumen gewichteten Durchschnittskurs erhält man nochmal einen besseren Trading Kontext für den Tag wo sich der Kurs und kann bessere Prognosen erstellen wo der Kurs in welchen Bahnen der Kurs sich in den nächsten Minuten und Stunden bewegt Obendrauf macht man eine Intraday Analyse also dort nimmt man auch wieder das Volumen Profil her die abgefertigten Transaktionen ermittelt Widerstände Unterstützungen ermittelt Magnetzonen wo der Kurs sich hin bewegt das Ganze wieder mit dem VWAP und obendrauf für das Feintuning das ist allerdings nur das Feintuning für Entry und Exit kann man den Footprint Chart verwenden und das Cumulative Data und dann natürlich das Wichtigste Trading Journal Trading Psychologie um überhaupt erfolgreich zu sein muss man seine Fehler abstellen das ist das Wichtigste und das macht man natürlich hier mit der Analyse der Trading Statistik und natürlich seiner individuellen Psychologie genau und wenn wir jetzt zum Beispiel warum das Ganze so kompliziert warum machen wir so viele Sachen warum gucken wir uns so viele Sachen an warum können wir nicht einen einzigen Indikator nehmen und im 5-Minuten-Chart mit 5-Minuten-Kerzen und so weiter ja weil das alle anderen machen das machen die 80% die nicht erfolgreich sind die 20% die erfolgreich sind die machen genau das die gucken sich die haben keine Indikatoren die gucken sich die Rohdaten an stellen die Rohdaten unterschiedlich dar und genau das siehst du hier wenn du quasi auf den Trading Screen eines professionellen Marktteilnehmers guckst dann siehst du hier ganz viel den DOM das ist der Depth of Market das ist die Preisleiter für die verschiedenen Märkte und dann auf den einzelnen Bildschirmen reine Preisscharts keine Indikatoren nichts und die professionellen Marktteilnehmer die sehen hier auf dem Depth of Market letzten Endes die Transaktionen ja das ist das was man dort sieht diese kann man natürlich nochmal vereinfacht darstellen was sich dann Footprint Chart nennt oder zum Beispiel Cumulative Delta nennt so und du kannst das natürlich lernen wenn du hier einen Daytrading Kurs teilnehmen möchtest der aktuell auf jeden Fall sehr günstig ist weil er noch in der Produktion ist also der Daytrading Kurs ist noch nicht fertig aber je mehr und mehr fertig der wird desto höher wird der Preis ganz einfach das Produkt ist dann fertig und deswegen quasi letzten Endes aktuell noch hier 1200 Euro der aktuelle Preis für meinen Daytrading Kurs wenn du Interesse hast dann kannst du den Kurs buchen auf der Daytrading Kurs Seite relativ weit unten gibt es dort einen Button Kurs kaufen und wenn du das machst dann musst du als erstes einen Account stellen dein Vorname Nachname E-Mail Adresse dann geht dann geht es weiter weiter zu der Kurs Beschreibung du kannst mit dem Code Webinar 2024 kriegst du nochmal hier exklusiv als Webinar Teilnehmer 5% Discount auf den aktuellen Preis was dann nur 1140 Euro sind und wie gesagt du hast dort dann Zugriff auf meinen Videokurs der natürlich in den nächsten Wochen und Monaten fertig wird du hast Zugriff auf aktuell eine Live Trading Session in der Woche und dann wenn du weitere Live Trading Session möchtest wird es in den nächsten Monaten sobald der Kurs fertig ist da auch noch ein zugrufbares Paket geben wo du dann letzten Endes auch noch an weiteren Live Trading Sessions teilnehmen kannst allerdings würde ich dafür nochmal ein extra Paket machen bevor wir jetzt zum Schluss kommen ich wünsche dir natürlich erfolgreiches Daytrading wollte ich dir noch meinen Sierra Chart Setup zeigen und zwar das Sierra Chart Setup was ich mache basiert natürlich alles auf dem auf diesem professionellen Trading Plan und wenn ich dir das jetzt zeige dann wirst du erstmal denken oh meine Güte das ist ja kompliziert aber kompliziert ist es nur wenn man die Sachen zum ersten Mal sieht wenn du das jeden Tag ein bisschen anguckst dann wirst du damit ganz schnell vertraut werden und du wirst was komplett anderes sehen als die Masse der Marktteilnehmer und das ist das was wir wollen wir wollen andere Informationen sehen als diejenigen die nicht erfolgreich sind wir wollen die gleichen Informationen sehen derjenigen Marktteilnehmer die erfolgreich am Markt sind so und das sehen wir hier wir fangen an das ist crude oil und zwar ist das das Market Profile damit bestimme ich die Value Area also letzten Endes der Bereich hier immer der dargestellt ist in den grauen Kästchen wo viele Transaktionen oder Transaktionszeit stattgefunden hat denn dort wo viele Transaktionszeit stattgefunden hat man sieht das hier zum Beispiel dort gab es viel Transaktionszeit ein Composite Value Area von zwei Tagen dort kommt der Markt oftmals nochmal wieder zurück er hat hier viel Transaktionszeit und hier nochmal ganz viel Transaktionszeit verbracht und das heißt dort eine Range ausgebildet und diese Informationen die können wir natürlich nutzen für unser Timing für unsere Trading Richtung wenn wir quasi Intraday handeln das ist der größere Chart das ist ein Tageschart jeder jedes einzelne einen Tag noch einen Tag das sind immer die einzelnen Tage und hier zum Beispiel gibt es ein Market Profile was ganz ganz groß ist dort wurden viele viele Tage weil das eine fünf sechs siebentägige Range war zusammengefügt und wurden zu einer großen Value Area zusammengefügt wie wir das Ganze nutzen das sind natürlich Magnete für zukünftige Preise dort wird mit großer Wahrscheinlichkeit der Kurs nochmal hinkommen und ihr könnt euch jetzt einmal was aufschreiben zum Beispiel Crude Oil ist aktuell am Freitag hat geschlossen bei 37,95 ja und hier oben in diesem Bereich gibt es eine große Value Area nämlich bei im Bereich von 75,2 bis 77,6 und ich kann dir garantieren mit relativ großer Wahrscheinlichkeit wird in den nächsten Tagen das passieren dass wir hier in diese Bereich reinlaufen ja da wird der Preis von Crude Oil in den nächsten Tagen stehen solange wir oberhalb von diesem oberhalb von diesem von dieser Value Area ausbrechen das heißt wenn wir hier ausbrechen aus diesem Bereich also über 74,7 nachhaltig ausbrechen dann sind wir relativ schnell hier in dem Bereich um 77 Punkte herum und genau diese Information weil dazwischen gibt es keine Value Area dazwischen hat der Markt wenig Transaktionszeit gemacht und genau das ist letztendlich die Grundlage für unser Intraday Handel der Intraday Handel sieht dann natürlich nochmal ganz anders aus im Intraday Handel schauen wir uns das Volumen Profil auch mit an so und da sehen wir einmal das Volumen Profil hier immer aufgetragen auf der rechten Seite also das ist das Volumen Profil von Freitag das Volumen Profil von Donnerstag und so weiter ja dieses Volumen Profil analysieren wir auch ähnlich wie das Market Profile es stellt die abgehandelten Transaktionen auf jedem Kurs dar und dieses benutzen wir natürlich dann auch um eine Vorhersage zu treffen wo der Preis hingehen wird hier seht ihr nochmal diese grauen Linien also die roten und die grauen Bereiche das gleiche was wir gerade auf dem Market Profile gesehen haben die Value Areas nämlich der Kurs ist am Freitag innerhalb der Value Area hoch und runter gelaufen ein schöner Seitwärts Markt und man konnte hier schöne Transaktionen machen schöne Trades machen immer an den Rändern der Value Area da hat man schöne Trading Setups gefunden und konnte jeweils in die andere Richtung letzten Endes der Value Area traden ich habe Freitag Sachen mit meiner Familie gemacht deswegen habe ich hier nicht gehandelt allerdings habe ich den Donnerstag zum Beispiel gehandelt und mit meiner Community wie gesagt diese zwei Trades die wir hier gemacht haben und zwar haben wir hier der Markt hat eröffnet an der vertikal gestricheten Linie kurz abgewartet bis unser Einstieg in den Markt aufgetreten ist eingestiegen mit dem ersten Trade ein bisschen ein so ein bis du hier ein bisschen mehr siehst so okay so was sehen wir hier wir sehen wir sehen auf der linken Seite noch das Volumen Profil vom Vortag mit dem Point of Control vom Vortag der Markt ist in der Vorbörse nach oben ausgebrochen konnte dann letzten Endes das Tempo nicht mehr halten ist nochmal kurz hier an dieses Volumen Profil rangekommen allerdings an dem Widerstand abgeprallt und dann zur Börsenöffnung diese Linie ist die Börsenöffnung ab dem Zeitpunkt fange ich überhaupt erst an zu traden und nehme das Ganze vorher nur letztendlich als Analyse das heißt alles war hier alles sah so aus als wenn wir weiter diesen Point of Control also dieses Volumen Profil hier nochmal antesten das heißt kurz gewartet und einen Short Trade gemacht leider ausgestoppt worden lief gut an leider 1-2 Minuten allerdings alles richtig dann nochmal einen neuen Einstieg gefunden und dann nach wenigen Minuten danach letzten Endes 130 Dollar verdient und das Ganze nur mit einem einzigen Kontrakt und das Ganze ist natürlich skalierbar mit 2-3-4-10 Kontrakten gar kein Problem dann skaliert sich natürlich auch der Gewinn aber auch der Verlust ich handel das mit einem Kontrakt weil das aktuell zu meiner Kontogröße hier und zu meinem Risikomanagement passt für mein Day Trading das Ganze wurde natürlich bestätigt auch nochmal vom Footprint Chart also hier im Footprint Chart was sehen wir dort da sehen wir die orders die abgefertigten orders die jede Sekunde oder Millisekunde hier reinkommen ja im Footprint Chart sehen wir auch hier auf der rechten Seite und wir sehen im Renko Chart hier den Footprint das ist ein Delta Footprint Chart das heißt wenn wir jetzt hier nochmal genauer rein zoomen und ich mache jetzt mal ein Beispiel wir nehmen uns jetzt hier diese eine Kerze dann sind hier oben hier oben dort sind die Sell Orders auf die Seite und das sind die Buy Orders das heißt hier oben auf diesem Preis Level dort gab es 10 Sell Orders und 64 Buy Orders und das Delta dazwischen das sind hier die 54 deswegen Delta Footprint Chart denn die Differenz zwischen Sell Und Buy Orders ist hier nochmal rechts aufgetragen die ist ein grüner Balken denn die ist positiv hier unten ist die Differenz negativ weil dort die Verkaufs Orders höher waren als die Kaufs Orders das Ganze wird dann auch hier immer nochmal visualisiert mit dem Preis Level wo die meisten Transaktionen stattgefunden haben die pinke Box und dann gibt es hier unten nochmal weitere Visualisierungen zur Vereinfachung wo das Delta in verschiedenen Formen nochmal aufgetragen wird um es nochmal bisschen einfacher nur mit Farben sichtbar zu machen und wenn man dann hier letzten Endes so eine Preisbewegung nach oben sieht und dann kommen hier letzten Endes wieder die Verkäufer in den Markt zum Beispiel hier visualisiert durch die Minus 100 die hier stehen 100 Transaktionen Differenz zwischen Verkäufern und Käufern dann beeinflussen diese natürlich den Markt und man kann dann das sehen und dann natürlich auch von der anschließenden Bewegung in Short profitieren das heißt zum Feintuning der Entries und auch der Exits sind natürlich hier solche Sachen sehr hilfreich dass man die Transaktionen die in jeder Millisekunde abgefertigt werden hier sieht und das Ganze wird visualisiert aufgearbeitet im Rancode Chart weil das ein sehr sehr guter Chart Typ ist der letzten Endes auch die Umkehrpunkte sehr gut visualisiert so ich denke das ist auf jeden Fall sehr sehr tiefgreifend gewesen gerade wenn du irgendwelche Fragen hast ja dann lass mir gerne einen Kommentar da unter dem Video oder schreib mir eine Nachricht ja und ich freue mich letzten Endes dir hier auch noch mehr Wissen vermitteln zu können wenn du jetzt irgendwelche Fragen hast dann kannst du diese noch gerne im Chat Fenster schreiben so der Paul fragt bist du auf den Handeln mit CL spezialisiert beziehungsweise wird nur das gehandelt in den Live Sessions also aktuell handele ich in den Live Sessions nur das ja allerdings weil am Anfang sollte sich jeder seinen Markt raussuchen mit dem er erstmal profitabel ist ich habe mit dem S&P 500 angefangen habe gemerkt dass ich Probleme habe mentale Probleme wahrscheinlich den S&P 500 zu shorten weil ich große Aktienpositionen habe oder Optionsstrategien oder sonstiges deswegen habe ich gedacht okay alles klar gehe in einen anderen Markt und deswegen habe ich Crude Oil angefangen Crude Oil läuft super für mich und seitdem handele ich Crude Oil und ich werde natürlich mit der Zeit mit Sicherheit auch andere Märkte ausprobieren die Vorgehensweise die funktioniert prinzipiell auf allen liquiden Futures Märkten ja die Vorgehensweise funktioniert auf allen liquiden Futures Märkten und ja wir können auf jeden Fall in den Live Sessions andere Märkte besprechen welchen Markt handelst du denn welchen Markt welcher Markt interessiert interessiert dich denn ES ja also ES ist ja auch einer der beliebtesten Märkte und den ES den können wir auf jeden Fall auch mit besprechen immer ich habe den sowieso auch immer offen also hier unten siehst du das zum Beispiel Market Profile ES Day Trading das habe ich auch alles immer offen und können wir funktioniert analog können wir auf jeden Fall immer besprechen ja gibt es sonst noch Fragen Sierra Chart ist nicht notwendig also das ist natürlich die Software mit der ich trade es geht natürlich auch Atas Atas ist auch eine professionelle Trading Software macht auch eine Orderflow Analyse und so weiter und soweit ich weiß kannst du auch das Trading Setup was ich habe in Atas reproduzieren ich weiß natürlich nicht ganz genau ich kenne mich mit Atas nicht aus wie das ganz genau geht aber ihr seid ja die Experten für Atas und könnt letzten Endes auch einschätzen ob das was ich hier gezeigt habe ob das in Atas zum Beispiel umsetzbar ist eine Sache die ich sehr mag ist zum Beispiel den Volumen basierten Candlestick Chart also hier oben seht ihr in Crude Oil habe ich 500er Volumenkerzen das heißt jede Kerze hier als Heike-Naschi-Kerze das muss nicht unbedingt eine Heike-Naschi-Kerze sein das kann auch eine ganz normale Volumenkerze sein ist hier als Volumen Volumenchart dargestellt allerdings ich bevorzuge einen Volumenchart anstatt dem Minutenchart weil ich so halt ein bisschen mehr die Geschwindigkeit sehe also ich sehe man sieht mehr wie viel Volumen wird denn wirklich in einer Zeit X gehandelt weil das ist das was entscheidend ist das Handelsvolumen ist Entscheidung ist nicht entscheidend wie lange eine Kerze besteht genau die großen Marktteilnehmer die schauen auch nicht auf den Ein-Minuten-Chart oder auf den Fünf-Minuten-Chart sondern die schauen sich nur das Handelsvolumen an und das ist letztendlich auch nochmal eine Methode um von so fixen es gibt ja viele Day-Trading-Kurse die verkaufen quasi ja wenn die und die Kerzenformation auftritt dann mache das und das allerdings ist das genau das was ja die Masse der Trader macht die nicht erfolgreich ist und das ist letztendlich auch nochmal ein Tool um genau von diesen Denkmustern wegzukommen und diesen mit den Volumenkerzen sehen die Kerzenformationen natürlich dementsprechend anders aus und ja das ist natürlich nochmal ein bisschen was anderes genau aber geht mit Atas ganz genauso mit Sicherheit gut wo finde ich die Aufzeichnung deiner Webinare zum Beispiel das zur Börsenampel das habe ich auf deiner Webseite nicht mehr gefunden und das Webinar zum Jahresausblick von heute um 19 Uhr die Webinare die findest du wahrscheinlich ab morgen früh heute Abend schaffe ich das wahrscheinlich nicht mehr aber ab morgen früh in meinem YouTube Kanal alle Webinare alle freien Webinare die findest du dort auch die vergangenen Webinare von der Börsenampel beziehungsweise meinem Börsenausblick und meinem Daytrading findest du alles in meinem YouTube Kanal ich werde allerdings für alle Teilnehmer hier an diesen Webinaren auch nochmal eine E-Mail verschicken mit der entsprechenden Aufzeichnung mit dem Link zur Aufzeichnung wo man dann auch mal einen direkten Link kriegt gut wenn es noch weiter Fragen gibt immer her damit wenn nicht dann würde ich mich freuen wenn ihr mir ein kurzes Feedback gebt wie euch das Webinar gefallen hat ob euch das einen Mehrwert geboten hat denn das ist ja das was ich letzten Endes immer mit jeder Sache bieten möchte ihr investiert ihr eure Zeit ich investiere meine Zeit soll kein Gelaber werden und jeder sollte letzten Endes etwas davon haben Gut vielen Dank soweit ich würde sagen wenn ihr noch weitere Fragen habt könnt ihr mir gerne schreiben eine E-Mail schreiben eine Kommentar unter dem YouTube Video geben oder sonstiges ich freue mich sehr auf euer Feedback und ich wünsche natürlich allen Teilnehmern erfolgreiches Daytrading ich bin mir sicher jeder kann es lernen es ist nur eine Frage von Disziplin Zeit eine anderthalb Stunden am Tag reicht meiner Meinung nach vollkommen aus wenn man das täglich macht dann mit den richtigen Tools mit dem richtigen Mindset mit der richtigen Analyse mit dem richtigen Coach oder Mentor an der Hand mit dem richtigen Umfeld ist auch ganz ganz wichtig mit dem richtigen Umfeld dann kann jeder langfristig erfolgreich werden Daytrading Erfolg ist keine kurzfristige Sache das ist eine langfristige Sache so muss man das sehen und es ist eine Fähigkeit die du lernen kannst und wenn du diese Fähigkeit erlernt hast dann kannst du das reproduzieren mit einem Kontrakt mit zwei Kontrakten mit drei Kontrakten und so weiter und kannst dir so ein skalierbares Business letzten Endes aufbauen und finanziell unabhängig werden wie gesagt wie gesagt das wichtigste auf diesem ganzen Weg ist natürlich Ruhe und Geduld zu bewahren und natürlich immer immer das Risiko zu begrenzen denn das ist die Grundlage für jeglichen Erfolg an der Börse Vielen Dank für deine Zeit fürs Schauen hier beim Webinar und bis zum nächsten Webinar Danke auch für die guten Besserungswünsche Tschüss